Willkommen zurück meine lieben Freunde zu meinem Let's Play Arcanum. Ja, das letzte Mal haben wir hier in Ashbury versucht einige Dinge zu erledigen. Wir sind immerhin schon Level 19. Das ist schon relativ weit, aber ich bin schon recht hoch gestiegen. Ich habe da drei Companions. Ich weiß nicht genau, ob ich das sinnvoll gemacht habe, alles zusammen. Ich weiß nur, in Ashbury hätten wir eigentlich einen Hund auftreiben können, der uns gefolgt wäre, ohne dass er zu meinem Companion Level geht und der ein ziemlich guter Nahkämpfer gewesen wäre, aber wir haben ihn nur noch tot gefunden. Ich dachte eigentlich, dass der beim Zug ist und habe dort herumgesucht und habe offensichtlich zu lange gesucht. Und der ist von seinem Besitzer totgestiegen worden. Na ja, kann man nichts machen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Kapitän, der uns auf die Isle of Despair bringt. Hello, I wish to book passage aboard your ship. Where would you like to go? I'd like to go to the Isle of Despair. Isle of Despair? If you got any wits about your, your white landing on that rock. Oh my, can I book passage to the... Go talk to teach, he captains, the other vessel, birth the air. I suspect he'd be fool enough to risk his ship and his neck. Thank you, I will. Jo, sonst wir sind irgendwie falsch abgebogen. Gibt es noch ein zweites Schiff irgendwo? Ah, da ist das zweite Schiff. No done. No done. Auf zu Mr. Teach. Ja, ähm... Es ist so, die Isle of Despair, alles was ich selber weiß, ich habe das Spiel schon mehr oder weniger einmal fast durchgespielt und noch ein zweites Mal ein wenig durchgespielt. Beim ersten Mal fast durchspielen habe ich also taktisch alle von diesen Sidequests verzichtet. Ähm... Das ist mir noch was dann. Ah, Fiedenfair. Ah, hi, dear matey. What can all Teach do you for? I'm sorry, I don't believe we met. Aye, we haven't had that. I'd be Captain Edward Teach, salty sea dog, and Captain of the Gypsy Shadow. The crustiest and most seaworthy vessel, this side of Razor's Cape. Nice to make your acquaintance, and a pleasure to make yours, Captain. I have a question for it, too. Of course, matey. What can you tell me about Ashbury? Ashbury, not much to say about here. Another port, another town. A good place for a sailor to lay his head or get drunk. Let's play. I'm in need of a pa... Aye, I just received word from Mr. Bates to be expecting you. Said you'd be asking for passage to that hellish place, and that I should be taking you. I don't much like the waters and all the people there, but for Bates I'll do it. Thank you, Captain. Shall we leave at once? Now, be as good a time as any. Get be as strong, easterly wind and waters, or as glassy as I've seen them in a long time. I not be the superstitious type, but I'd be inclined to say it'd be a good omen. Mm-hmm. I'm glad you think so. Let's be off. Oh, das ist aber schnell gegangen. Und das Spiel denkt noch. Sehe ich gerade. Oh ja. Also, ähm, das Problem ist, wir werden die Isle of the Spare nur dieses eine Mal besuchen. Das heißt, alles was wir hier machen können und wollen, müssen wir hier und jetzt machen. Ähm, alles andere funktioniert nicht. So, dann schauen wir mal. Okay, wir folgen einfach mal den Weg. Und hoffen, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir hin müssen. Das ist eine Gefangeneninsel, quasi Australien, nur dass keine Schiffe herkommen. Ich weiß nicht, offensichtlich werden die Gefangenen da auf der Insel abgeworfen. Und, ah, schauen, eine Human Guard. Das schaut ja schon mal ganz gut aus. Ob der uns reinlässt. Ja, ich sehe, wir sind jetzt nicht mehr in. Also, was ich weiß, man kann dann auch im Hinterland noch ein paar Dinge tun. Von der Isle of Despair. Das heißt, wir werden nicht so bald die Insel verlassen. Na dann. Hallo, ah. Ich bin jetzt der Black Mountain Clan. Kannst du mir helfen? Fahr mal gleich mit der Tür in die Hose. Clan? Ich weiß nicht, ob es keine Clans hier sind. Du musst mit Thorvald sprechen, mit Thorvald, über das. Thorvald? Wo ist er? Ich bin zwergig. Thorvald ist der Leiter des Enklaaf. Er setzt sich alle Dispüte in den Hosen. Aber, um ihn zu sehen, du musst mit Ogden sprechen. His Guard, erst. Kann ich in den Moment? Okay, das heißt, wir könnten einen Dispüte starten. Um zu kommen, auch zu Thorvald. Ihr müsst kind. One more thing. Ich muss warnen Sie, bad wandering outside of the encampment hier. Warum ist das? Wir haben ziemlich viele Leute verloren, zu einem Sorcerer-Best, der defies unsere Räume. Ich habe mir selbst gesehen, einen Mann, eaten alive by the Beast, wenn seine Räume misfiert. Danke für die Warnung. Wo ist die Räume? Ich werde ihn für Sie für einen Preis. Er ist nicht cocky. Wir denken, es ist nach links von hier. Das ist alles, was wir wissen. Du musst es selbst tracken, um es zu finden, es zu finden. Wir haben ein powerful, magisches Amulett, wir geben Sie für ihn zu töten. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was es hat. Es hat niemals identifiziert. Es ist ein Deal, Sir. Na gut. Wir haben schon unsere erste kleine Seiten-Quest. ein Magical-Beast-Kirn. Lassen wir die drei auch rein? Jo. Okay. Accepted the village guard on the island of this bear wants you to kill Sorcerous-Beast. Was auch immer das sein mag. Was habe ich verloren? Oder gewonnen? Oh verdammt, ich habe da noch einen Diamanten. Den hätte ich auch verkaufen können. Was machen wir mit den ganzen Kator-Kristallen? Ich weiß, ich brauche eine oder zwei später. Aber alle brauchen wir wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Ist es eine Neid für mich? Nein. Was ist es? Klingt alles nicht sehr freundlich. Happy to meet you. May I ask what someone such as yourself is doing here? My name is Cynthia Box. I was born here. The man who envisioned this hell for those who refused to adapt to their society neglected to provide for the offspring of the convicted. Ah. Verstehe. Die ist hier geboren worden. This is scandalous. You've been here your whole life. You're a bit of the long-winded type, aren't you? Was das heißt, weiß ich jetzt nicht. Na gut, fangen wir mal das erste. Yes, it was not a bad life as it were until my mother died last year. She kept the worst of it from me. Since her passing, I have become abused and treated like common property. Hmm. Can't you speak with Thorwald about that? as it should be. Women are nothing but property. Haha, sehr gut. Yours is a most distressing tale. What can be done about this? Good day. Na gut, machen wir das erste. Wir sind hier zivilisiert. Thorwald will not listen to my tale. He is only concerned with the affairs of men. Women are beneath his concern. He is a dwarf. After all. Thorwald klingt nicht nur zwergisch, es ist auch zwergisch. Yours is a most distressing tale. what can be done about this? If Thorwald can do nothing for you, neither can I. Good day. Hm. Hm. Na ja, isn't ja freundlich. we sind ja die guten. She looks around to see if anyone else could possibly overhear what she is about to tell you next. There is a tribe of nomadic women on this island who have cast off the shackles of oppression these men have tried to impose on them. If I could escape from here, I believe they would allow me to join with them. Hm. What could I do to help? If you could speak with their leader, Loria, they might come and rescue me. Hm. Nein, wir helfen natürlich gerne. Oh, bless you. Show me your map. She marks your map. There is a location of the tribe as far as I know. Also, here is a white scarf to wear around your head. If they see a man approaching without it, they will attack him. Hm. How do you know all this information? My mother used to tell me tales of these women when I was younger. She told me to escape and live with them if anything ever happened to her. Why don't you simply leave? I'm not allowed to leave the encampment. I have tried before, but they always catch me. And then the punishment. She begins to cry. Hm. Na ja. Verguthelte Verbrecher halt. I'm truly sorry. I will get you out of here as soon as possible. Stop your sniveling wench. I will return shortly. Hm. Vielleicht sollte ich das letzte nehmen. Na ja. Wir sind einfach viel zu lieb für diese Welt. Ich bin versucht, gleich das zu machen. Äh. Na okay. weil jetzt sollten eigentlich eh alle schlafen. Gehen wir gleich mal raus. Und schauen wir mal. Außerdem könnten wir wenn wir schon draußen sind dann gleich auf dieses Monster suchen. Das müsste eigentlich in die gleiche Richtung sein. so. Wir kommen dorthin am besten. Nachdem es im Norden ist. Gibt es im Norden eigentlich einen Ausgang? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Das wäre natürlich klug gewesen das zu schauen vorher. Weil im Süden ist einfach das Schiff. Ah. Okay. Ausgezeichnet. Women's Camp. Dann gehen wir mal in die Richtung. Perf is blocked. must locate in the bridge. Ah. Okay. Das heißt wir müssen da tatsächlich rund um Atom weil das Ding im Weg ist. Dieses Dorf. Ja. Andererseits vielleicht sollten wir uns etwas stärken. Wer weiß wenn wir das ist von uns zu finden. Könnte das sehr sehr wohl Probleme geben. Okay. Wir sind wieder im Dorf. Warte mal. Ah. Ah. I see. Also ich muss dort. Ach Gott. Das ist ja urblöd. Gott da rüber. Ich glaube fast. Na. The path is blocked. Schade. Gott da rüber. Nö. Naja. Wo stehen wir mal trotzdem so. Nö. Sowieso auf die andere Seite. Das war nicht gescheit von uns. Ich hätte mir das zuerst anschauen sollen wie das da verläuft. Ich habe gedacht das geht auf der Seite rüber. Irgendwie aber nein. Denkste kann ich durchschwimmen. Schauen mal ob wir das über listen können. spielen. Nein können wir nicht. Ärgerlich. Tja Tja sind wir dann einmal rund um a tum gerannt hätten wir das auch erledigt. Schaut so aus als würde es da so rund um a tum game. So Oh, der Master of Disaster. Versuchen wir es mal so. Ich würde mal fast sagen, dass es in die Richtung dorthin geht. Oh, schau an. Vielleicht haben wir es gleich so machen sollen. Oh, spinn ich. Hey, hörst du auf den Juker zu hauen? Critical Myths? Könnten wir das bitte lassen? Ich suche mich das da jetzt. Ah, das White Scarf. Vielleicht sollten wir das gleich so machen. Sicherheitshalber. Hm, schon wieder Nacht. Verdammt. So, irgendwas anderes. So, die Half-Org-Bandit. Half-Org-Bandit. Human-Bandit. Human-Bandit. Elf-Bandit. Elf-Bandit. Klingt gut. Hm, what do you want? Doch nicht. What is on your mind? Isn't that the chef-in? Yes. Who wants me? Ah, da scheint the chef-in zu sein. What brings you to our tribe, boy? Where did you get your headband? It was given to me. My poor woman, who wishes to join you. Why is she not here herself? She is not able to escape from the sudden encampment. We do not need those that cannot fend for themselves. Hm. So, you would simply leave her to rot? What message would you have me bring to her then? Tell her it is better to die fighting than to live in captivity. I don't believe that this, that is the answer she was looking for. I'd like to test that by killing you right now, you heartless swine. Oh, okay. I feel for her. But out here feelings mean nothing. I can give you this old pistol to bring to her. She hands you an old rusty pistol. Tell her to use it to escape if she means to join up with us. Charging the gates with that pistol would be suicide. You can either help her or die where you stand, wench. Thank you for that at least. Good day. Such is life. Is there anything else? Can I ask about you? What is your story? I will not discuss things of that sort with outsiders. Hm, schade. No, das war jetzt nicht sehr hilfreich. Ja, gehen wir gleich rum. Und wenn wir da im Norden versuchen rauszukommen, weil, dort soll ja dieses Monster sein. Vielleicht filmen wir das auch gleich. Wir sind ja mutig. Vielleicht sollten wir speichern. Da könnten wir bitte bei Tag irgendwo hinkommen. So, wir sind hier mitten in der Wildnis. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo irgendwas finden. Vielleicht sollten wir wirklich mal speichern. Ich habe, bevor ich heute gestartet habe, noch einen Haufen von eurem Zeug verkauft. Schauen wir mal nichts aus. Was wird da irgendwas sein? Hm. Ach so, warte mal. Ich werde aber das da wieder rausziehen. Und dafür das wieder anziehen. Hm. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder. Schauen wir mal. Ähm. Ich weiß nicht. Wir sollten versuchen irgendwie... ...und wirklich von der Stadt zu kommen. Das heißt, wir sollten Richtung Osten gehen. Hm. Wo hat er gesagt, ist das Viech? Äh. Ja, Sicherheitshäure hat er nicht genau dazu gesagt, wo es ist. Kann er irgendwie zur letzten Seite durchblättern auf einmal? Wir wissen schon so viel. Hm. Jetzt. Wir��. Ich bin aktuell. Okay. Ja. Wie schön wir irgendwo einen Weg finden würden, es gibt hier, glaube ich, irgendwo einen Weg. So, schauen wir mal, ob wir schon zu weit gegangen sind. Netterweise sehen wir ja in etwa, wo wir sind. Auf der Karte wirklich gut, sehen wir es leider nicht. Das ist ein Gummisam hier in dem Spiel. Ah, na so. So, das ist, glaube ich, die Küste, oder? Küste, 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 wir gehen der Küste entlang. Oh, wir sind schon fast auf dem Encampment. Ach, weh. Ach, weh. Ja, apropos. So, wir sind ziemlich genau dort, wo das Dorf wäre. So, wir sind im Norden dafür wieder. Gehen wir mal wieder zur Küste runter, zur Sicherheitsfahrer vielleicht. Das war nicht so gut. Wir hätten das nicht so machen sollen. Okay, wir haben die Küste wieder gefunden. Und nicht die Ortschaft. Gutark. Gutark. Da sind ja auch nicht das Ding es noch an. Das Problem ist wenn wir nicht zu dem Ort gehen, dann ach gut. Das ist zu mühsam auf diese Art und Weise. Ich glaube ich muss sowieso noch mal raus dann. Mal schauen was wir mit dem Mädel machen können. Ich habe zurück, um zu helfen zu helfen. Hab ich das? Haben Sie mit Gloria gesprochen? Sind sie nicht zu kommen und sie sich nicht zu retten? Sie wollen nichts mit denen, die sich nicht zu helfen können. Sie sieht lustig. Ich denke, sie sind richtig. Ich sollte mich von meinen Bonds extricaten. Wenn ich mich zwischen ihnen willkommen bin. Bitte lasse ich Sie. Es ist ein gefährlicher Weg zu ihrem Camp. Ja natürlich. Sie würden das für mich machen? Ich danke und ich accepte Ihre Hilfe. Follow me. Hier ist ein Pistole sie mir gegeben. Follow me. Ich werde ein Weg finden, um hier zu kommen. Schauen. Schauen. Du bist willkommen. Vielleicht kann sie sogar noch helfen beim Entkommen. Warte mal. Ich dachte ich habe die Pistole gegeben. Schauen Sie mir das. Ich sage das Mädchen. Ich werde mich nicht mehr erinnern. Bekomme die Menschen, oder sie werde ich beкеiert. Ich werde da sie unter den Hinterqualen Mil wordern. Das war ja einfach. Persuasion ist doch nicht so schlecht. Ich wollte eh nicht mit denen kämpfen. Der will ja wohl nicht kämpfen mit mir, nachdem er mir den Auftrag gegeben hat. Höhöhöh. Und das ohne einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. Meine Güte sind wir gut. Wir sind nicht gut. Wir sind echt spitze. Spitzennett sogar. So, jetzt gehen wir aber mal rund um Atom, bevor wir zu den Mädels gehen. Dann werden wir dieses Mal versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Dann wieder rüber. Ausgezeichnet. Ich würde ganz gerne in den Norden von der Stadt kommen. Dort soll es nämlich irgendwo Spuren geben von dem Viech. Und wenn sie schon da ist, dann kann es mir ruhig helfen, dieses Viech zu bekämpfen. Wenn sie schon sonst nichts sinnvolles macht. Warte mal. Schaut mir Charactersheet aus. Ist die gut? Die werden ja ziemlich geschickt. Perception 7. Wieso ist das auf... Wieso ist das schlechter? Vielleicht weil Nacht ist... Also eigentlich müssten wir da ja... Genau. Sind wir gerade westlich von der Stadt. Wollen wir mal schauen. Jetzt sind wir ziemlich genau nördlich von der Stadt. So, hier irgendwo sollte das Viech sein. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Sachen finden. Ja. Ist das ein Weg? Nein. Kein Weg. Hallo Viech. Hallo Viechi. Wo bist du? Gut, 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 Viecherl. Hm. 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 Is still da. Ohcker. Ah, auf war. Kom vacuum. Ja." Schau mal, bevor ich da reingehe, ich will nur noch mal das... Oh, ich hab das Kauf nicht mehr. Schau mal. Gut, rennen wir mal rum, vielleicht finden wir das Viecher auf dieser Art und Weise. Schaut nicht so aus. Ach, gut. Schaut gut aus. Gibt es noch ein paar Spinnies? Oh, jetzt kommen wir Tag an, ist es klar? Danke für die Hilfe. Das war's. Wie wär's mit? Erfahrungspunkten küssen oder was weiß nicht was? Ach weh. Tja. Das war jetzt nicht so interessant. Und sie hat sich ihren Weg schon richtig fast frei kämpfen müssen. Na gut, egal. Gehen wir mal da her. Schauen wir mal, ob wir dort was finden. Ah, ich hab gesagt Nordosten oder Nordwesten. Oder nur Norden. Hm. Na. Bevor ich da wieder umsuche. Hm. Wo ist das? Wo ist das? Wir werden das Viech dann schon noch finden. Ich muss sowieso noch einmal aus dem Dorf dann raus. Es gibt nämlich noch irgendeinen anderen kleinen Ausauftrag, der einen rausführt. Und vielleicht geht's von dort besser. Na gut. Ob sie jetzt böse auf mich sind, weil ich sie reingelegt hab? Na gut. Das werden wir das nächste Mal feststellen. Dieses Mal. Sag ich. Einen wunderschönen guten Abend. Schlaft gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.